moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch auf der neuen map firebase z den goldmode glicht zeigen und zwar leute ist das genauso wie bei der alten map und zwar braucht ihr hierfür wieder ein heli und die molotovs und falls ihr das solo macht braucht ihr natürlich eine selbsthederbelebung leute ihr schmeißt euren molotov und genau wenn die lebensanzeige bei dem z ist aktiviert ihr es falls ihr in den heli reinkommt leute war das zu früh und falls da steht helikopterschütze nicht verfügbar war es zu spät so ich zeige euch das jetzt noch mal in zeitlupe wann ich das aktiviere leute ich kaufe mir einen bogen und dann den heli dann habt ihr nämlich zwei helis und habt quasi zwei versuche so hier einmal ganz langsam leute damit ihr genau seht wann ich es bei mir aktiviere genau beim z wie ihr gesehen habt vielleicht klappt es ja dann bei euch auch wenn ihr das dann habt leute dann seid ihr im goldmode und ihr kriegt kein damage mehr das war es dann auch mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ihr lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video